Hier sehen Sie die Minikamera im Taschenlampenformat. Schrauben Sie den Deckel auf der Rückseite ab. Legen Sie diesen Schalter um. Die blaue LED leuchtet nun und zeigt Ihnen, dass das Gerät aktiv ist. Schrauben Sie den Deckel wieder zu und schon können Sie die Minikamera verwenden. Halten Sie das Gerät zum Beispiel einfach in der Hand, um zu filmen. Drücken Sie auf diesen Knopf, um die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Mit dem Stativ können Sie das Gerät aber auch fest installieren. Zum Beispiel auf Ihrem Schreibtisch im Büro, direkt am Fenster oder was sehr praktisch ist, im Auto. Zum Abschluss sehen Sie noch ein Originalbild der Minikamera, wie sie gerade aus einem Auto herausfilmt.